Dakshina Pavana Muktasana ist die luftbefreiende Stellung mit dem rechten Bein. Raffaela zeigt, wie es geht. Von der Rückenlage ausgehend beuge das rechte Knie, fasse mit beiden Händen um das Knie und zieh das Knie zu dir hin und atme dabei tief ein und aus. Das Pavana Muktasana ist die windbefreiende Stellung, gut gegen Blähungen im Bauch und wenn du das machst mit dem rechten Knie, ist es Dakshina Pavana Muktasana.